Hallo zusammen und willkommen bei ASEP Institute. Mein Name ist Tara und ich erzähle euch heute, was ich in meiner Freizeit mache. Ich hoffe, ihr versteht alles und könnt mir soweit folgen und lernt etwas. Also, meistens gehe ich mit meinen Freunden an den Strand. Hier ist sehr gutes Wetter und wir können oft dort schwimmen gehen oder mit dem Ball spielen. Öfters gehe ich auch mit meinen Eltern einkaufen und wir kaufen für den Kühlschrank und für die anderen Schränke verschiedene Sachen ein. Beispielsweise kaufen wir Toast ein, wir kaufen Tomaten, Gurken, Obst oder Dosen wie zum Beispiel Ravioli, die Nudeln oder wir kaufen was zu trinken ein, Cola, Orangensaft, Multivitaminsaft, Wasser oder verschiedenes Brot und die Sachen, die man dort drauf beschmiert, wie zum Beispiel Marmelade, Nutella oder andere Sachen. Dazu höre ich manchmal Musik in meinem Bett, wenn ich alleine bin und höre verschiedene Lieder, wie zum Beispiel alte Lieder von Michael Jackson oder ein paar neue Lieder von Selena Gomez oder Ariana Grande und höre dann meistens stundenlang Musik. Ich liebe es, entspannt mit Kopfhörern Musik zu hören. Und ja, sehr oft gehe ich mit meinen Freundinnen ins Kino, da wir es lieben, dass wir rausgehen und es ist viel schöner, in Kinofilme zu schauen als zu Hause, weil man dort einfach total cool essen gehen kann. Und dann haben wir diesen Riesenraum und die ganz vielen Leute, die mit einem den Film gucken und die Riesenleinwand, wo man dann den Film schauen kann. Deswegen ist es immer sehr spannend und cool ins Kino zu gehen. Und eher seltener gehen wir schwimmen. Bei uns ist ein Schwimmbad um die Ecke und dort gehen wir auch schwimmen selten. Das macht auch sehr Spaß, nur da wir lieber an den Strand gehen, gehen wir seltener schwimmen. Und deswegen machen wir das nur selten. Was ich auch selten mache, sind Bücher lesen. Ich lese nicht so gerne Bücher, weil ich mir lieber etwas angucke, wie zum Beispiel Filme, da ich mich schwer konzentrieren kann und es irgendwie anstrengend für mich ist, ruhig zu bleiben. Und ich mache dann lieber etwas, wo ich aktiv zuschauen kann oder wo ich mich nicht so konzentrieren muss. Was ich auch manchmal mache, ist, dass ich auf den Balkon gehe und Kaffee trinke, zum Beispiel die Zeitung lese, dass es dann weniger anstrengend, dass ich mir dann angucke, was die Nachrichten sind oder was Neues über Prominente rausgekommen ist. Und ja, das mache ich auch sehr gerne. Meistens telefoniere ich mit meiner Freundin, während ich das mache und wir reden darüber oder sie erzählt mir über ihren Freund oder über andere verschiedene Sachen. Ja, das machen wir auch sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick in meiner Freizeit bekommen und ja, hab was gelernt. Tschüss!